Servus und willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Pokémon Platin. Im letzten Part haben wir den Radweg gemacht. Und ja, suchen wir uns gerade noch eine andere Sidequest, weil wir gerade ein bisschen Zeit haben. In der Zwischenzeit gehen wir natürlich noch die ein oder anderen Zubats auf die Nüsse. Was willst du erwarten? So, danach müssen wir schon etwas abgucken. So, dann müssen wir gleich da sein. Erstmal entwischen. Lassen wir es wieder abhauen. Ich glaube, es war das Falsche. Ja, das war das Falsche Teil. Nicht wundern, ich muss noch etwas gucken. Wo? Dann war das wohl der falsche Eingang, den wir erwischt haben. Das war der... Ja, der Part heißt eigentlich nur, wir suchen, wir gehen in eine bizarre Höhle. Oder auch anders, weiß ich nicht. Ah! Das ist die Höhle, wo man die Kaumalatz findet. Ja, so ein Kaumalatz mit Erdbeben. Ich sehe mich da! So ein Kaumalatz mit Kaxler Erdbeben. Ich sehe... Ich sehe mich! Ich sehe mich da! Sag ich offen und ehrlich, ich sehe mich da! Mit einem mächtigen Knack-Krack in der Truppe. Ich wollte es eigentlich nur fangen und nicht töten, aber hey. In dem Bauch. Ja, dich wollte ich, Kollege! Bei mir wurde zugetragen, dass es gut sein soll. Wenn du nicht so eine geringe Funk-Hatte hättest. Nee, den wirst du nicht. Du bist zwar nicht rein in den Ball, aber ich will dich haben. Für meine Truppe! Und dann... wo das ist. Das ist der Fall. Da da. Ich will mich einfach nochmal anbcomm些. Das ist der Fall... Das war die Krass. Da würde ich dir meinen, Ich will mich nicht so. Na geht doch. Hat wieder ne Weile gedauert. Na endlich, da haben wir unseren Team-Member. Greif uns am riesigen Maul an. Obwohl seine Angriffe mächtig sind, verletzt sich dabei auch selbst. Die sind halt ganz schön lästig. Aha, dahinter muss ich also springen. Weiß Bescheid. Ich hätte mal Schutz kaufen sollen. Einen Tlappeter. Ich fang hier auf höheren Nähe. Ja. Weiß doch jeder. Tote Steine, gute Steine. Das war's doch jeder. Tote Steine, gute Steine. Das war's doch jeder. So da, Freunde. Der Part wird so ein bisschen kurz, aber ich werde ihn jetzt schon beenden. Ich hoffe, der hat euch gefallen. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.